Hallo, ich bin Agnes aus Angeln. Das liegt im Norden von Schleswig-Holstein und ich nehme euch heute mal mit und zeige euch so ein bisschen unseren Hof. Ja, wir sind ja hier bei uns in der Region Angeln und die Besonderheit hier in Angeln ist, das Anglerind. Also unsere Kühe gehören ebenfalls zu der Rasse Anglerind und die sind hier in unserer Region heimisch. Es ist eine Population von ungefähr 10.000 Kühen, die sich auszeichnen durch eine gute Gesundheit und hohe Inhaltsstoffe in der Milch. Ja, eine weitere Besonderheit hier bei uns sind die beiden Melkroboter. Das heißt, dass die Kühe 24 Stunden am Tag hier zu melken gehen können. Man könnte unsere Kühe eigentlich mit einem Freiberufler vergleichen. Also jeder darf dann zur Arbeit gehen, wann sie Lust hat. Ja. 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 Ja, soviel zu mir und kurz zu unserem Hof und unseren Kühen und dann sag ich bis zum nächsten Mal. Na ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020